Hallo, mein Name ist Renée Isermann. Ich bin die Autorin und Grunderin von Yoga4Face oder auch bekannt als die holistische Facelift Queen. Warum kann ich das? Warum bin ich hier? Es geht in dem Kongress wirklich darum, dass du aus deinen inneren Gefängnissen aussteigst. Überall da, wo du glaubst, dass du nicht gut genug bist. Überall da, wo Schuld, Charme, Schande sitzt. Und ab 40 zeichnet sich das in deinem Gesicht ab. Es ist nicht ein Alterungsprozess. Und ich lade dich herzlich ein. Wir sprechen genau darüber. Ich spreche aus Nähkästchen und zeige Lösungen auf und mag dich inspirieren, vielleicht neue Gedanken und neue Wege für dich zu gehen und dich anzuerkennen, wer du wirklich bist. Und dich daran zu erinnern, dass du mit deinem Lächeln die Welt veränderst, besonders wenn du es morgens im Spielen siehst. Also ich freue mich auf dich. –, bis zum nächsten Mal. Ssonst und Spiele! –, bis zum nächsten Mal.